Im Antrag gibt es noch eine zweite Dame, die in Deutschland ständig für Furore sorgt, nämlich CC Catch. Ihre neue LP kommt zwar erst im Januar raus, aber die Single gibt es schon vorab. Auf 71 platziert CC Catch und Heartbreak Hotel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017